Es war ein kleiner Schreckmoment dabei, als du in den Nachbarsgarten vor der Illos-Höhe reingestiefelt bist. Ja, der Ball lag halt ein bisschen unglücklich und dann war da halt so ein kleiner Zaun und dann stand da so ein Schild drauf, bissiger Hund. Und dann hatte ich erst kurz überlegt, gehe ich drüber oder nicht, aber habe da nochmal kurz in meinem Kopf ein bisschen rum und dann bin ich schnell drüber gehuscht und habe einen Ball geholt. Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, die zweite Ausgabe des Jahres 2023. Wir freuen uns über den Besuch von Florian Kleinhansel und Timo Bermann. Zwei, die dafür verantwortlich sind, dass die Abwehr steht und stand gegen Viktoria Köln. Wir sprechen über dieses Spiel. Johannes Kapitzer und ich haben uns die Partie am Samstag natürlich angesehen und wir waren auch angetan, sehr angetan von dem, was ihr da fabriziert habt. Und ihr bestimmt auch, Timo. Ja, moin erstmal. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben eine gute Leistung gezeigt und gegen guten Gegner verdient drei Punkte Gold. Flo? Ja, ich schließe mich da Timo an. Ich denke, wir sind alle sehr zufrieden mit dem, was wir auf den Platz gebracht haben, haben das umgesetzt, was wir umsetzen wollten. Und ja, deswegen war es ein schönes Gefühl am Samstag. Kann man denn das umsetzen, was man sich vorgenommen hat, wenn so ein Wetter ist wie am Samstag, Flo? Ich meine, da kann man sich ja viel vornehmen und da kommt das Wetter dazwischen und man denkt, Mensch, der Ball läuft gar nicht. Also zumindest nicht so, wie man es sich gedacht hat. Ich glaube, kämpferisch und vom Einsatz, von der Gier her war das dann schon das Level, das wir erreichen wollen und wollten und haben das dann auch gut hinbekommen. Klar, spielerisch war dann, sage ich mal, nicht unser bestes Spiel, aber das ging in dem Spiel auch nicht oder das war auch nicht das Ziel. Das wussten wir dann schon vornherein oder nach dem Aufwärmen spätestens, dass heute nicht viel gehen wird mit schönem Fußball, sondern dass man heute anderes Fußball spielen muss, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das haben wir gut auf die Platte gebracht. Und du warst froh, als du in der zweiten Halbzeit die Seite wechseln durftest, vor deinem Ohr-Tribüne spielen durftest, wo mal der Ball auf dem Rasen auch lief und nicht in den nächsten 14 Jahren lief. Ja, war mal schön, auch einen Ball flach spielen zu können. Aber auch darauf muss man sich ja einstellen, ne? Ja, auf jeden Fall und ich glaube, das haben wir auch direkt von Anfang an gut gemacht. Und ja, das war sicher auch ein kleiner Punkt, dem wir dann vielleicht Viktoria ein bisschen voraus waren. Und ja, ich glaube aber schon, dass vor der Nordtribüne und die Mitte, das war schon okay. Da konnte man schon ja ganz gut spielen, aber halt das Drittel zur Südtribüne war natürlich, ich glaube, wenn es auch auf dem ganzen Platz so gewesen wäre, dann wäre es schon grenzwertig gewesen, das Spiel anzupfeifen. Aber die Ecke ist auch berüchtigt dafür. Ich habe vorhin noch auf dem Schinkelberg bei der Rollrasenverlegung auf eurem neuen Trainingsplatz Lothar Gans getroffen. Und der konnte natürlich noch aus den ganz alten Zeiten erzählen, aber es sei immer eine problematische Ecke gewesen. Er hat aber auch keine Erklärung, obwohl er sonst alles weiß rund um den VWL. Aber das konnte er auch nicht erläutern. Ja, bevor wir jetzt in die Details der Saison und der Vorsätze von euch eingehen, muss ich noch einen oder möchte ich noch einen Hinweis in eigener Sache geben. Denn passend zur zweiten Hälfte der Saison bieten wir unser digitales Themenabo an. Zum Thema VWL Osnabrück natürlich und es kostet, ich weiß nicht genau warum, 18,99 Euro. Keine Ahnung warum, aber es wird kein Zufall sein. Denn ernsthaft, mit diesem digitalen Abo bekommt ihr also alle Infos, alle Live-Übertragungen, sowohl Videostream als auch die Live-Ticker und eben auch den Podcast Brückengeflüster in voller Länge zur Ansicht, zum Anlesen und zum Hören. Ja, und unter allen Abonnenten, die bis zum 19. Februar dieses Jahres ein Jahresabo für dieses Angebot abschließen, verlosen wir dreimal zwei VIP-Logen-Tickets inklusive Stadionführung. Dürfte sich lohnen, für euch nicht, Flo und Timo, ihr seid ja auf dem Rasen. Und alle Infos zum Abo gibt es unter noz.de slash vfl-jahresabo. So, jetzt habe ich meine Pflicht als Werbesprecher gut erfüllt, Johannes, aber du kannst jetzt erstmal ins Inhaltliche gehen. Du kannst in eigener Sache auch noch sagen, dass du Harald Pistorius bist. Ich meine, die Leute hören es an der Stimme in der Zeit, aber wir sagen es trotzdem nochmal zur Sicherheit, falls sie sich wundern, wer die vierte Stimme ist, ist Harald Pistorius. Sie kennen ihn aber alle, was soll man da erzählen? Wir kommen nochmal aufs Spiel zurück, wiegt Ruja Köln. Flo, der Trainer ist ja nicht vorher mit euch im Stadion gewesen, um da zu trainieren. Inwiefern macht das was aus? Ich meine, Daniel Scherling hat auch schon mal eine Einheit ins Stadion verlegt, kurz vorm Spiel. Ihr seid auf der Elos-Höhe geblieben. Ja, ich glaube, das wäre dann organisatorisch auch irgendwie zu kurzfristig gewesen. Aber ich war jetzt in der Planung noch nicht ganz genau dabei, aber irgendwie Mario hatte auch seinen Bulli nicht. Und dann haben wir uns entschieden, auf der Elos-Höhe zu bleiben. Ich glaube, am Donnerstag war bei uns eine regenerative Einheit, deswegen das hat alles gepasst. Und ich glaube, am Freitag konnten wir auch das, was wir trainieren wollten, so gut trainieren, weil es war niemand da, glaube ich, von Köln. Das hätten wir gesehen, deswegen das ging schon. Wäre vielleicht jetzt, ja, um den Rasen zu sehen, vielleicht nicht so schlecht gewesen, aber wir haben das auch so gut hinbekommen. Stadion kennt er ja, aber es ist nochmal, es ist was anderes da zu trainieren oder auf der Elos-Höhe, ne? Ich glaube, man bekommt auch so ein kleines Gefühl irgendwie wieder für Stadion, aber ja, wir haben jetzt auch gegen Schalke ja nochmal im Stadion gespielt, deswegen das hat schon gepasst. Aber ich glaube, die Maße, zumindest die Breite, entspricht jetzt der im Stadion, ne? Das sind die 68 Meter, also wenn ihr jetzt Standards trainiert auf dem richtigen Platz in der Elos-Höhe. Ja, ich glaube schon, also vielleicht einen ganz Ticken eng, aber nicht so wie früher. Das ist schon ein bisschen anders. Was hat den Ausschlag gegeben gegen Viktoria Köln, dafür, dass ihr, wie Olaf Jansen, der Trainer der Viktoria, das später formuliert hat, ihr das Quäntchen Gier mehr hattet, dass ihr den Sieg ein bisschen mehr wolltet als die Viktoria? Wo habt ihr das hergeholt, wer hat das in euch geweckt, ist das ein Heimvorteil oder wie erklärt ihr das? Ja, ich glaube, wo du Heimvorteil sagst, generell haben wir zu Hause, bis auf vielleicht Ingolstadt, wo wir nicht unser bestes Spiel hatten, haben wir zu Hause immer gute Spiele gemacht. Wir waren zu Hause immer gut und da haben wir einfach dran angeschlossen, so aus dem Jahr 2022, dann halt aus der Hinrunde sozusagen. Ja, und das hat man vor Anfang an gesehen. Gerade die ersten 20, 30 Minuten waren schon wirklich sehr gut. Und auch nach der Halbzeit haben wir dann weitergemacht. Ich glaube, vor der Halbzeit hatten wir ein bisschen, ja, da war Viktoria ein bisschen besser. Und dann, ja, nach der Halbzeit haben wir wirklich versucht, aufs Dritte zu gehen. Klar mussten wir mal einen Eckball oder mal einen Angriff von Viktoria überstehen, aber am Ende war es einfach ein verdienter Sieg. Das war es auf jeden Fall, ja. Johannes, haben wir auch so gesehen? Haben wir so gesehen. Es ist immer eine Frage unter Tobias Schweinsteiger jetzt gewesen, offensiv, defensiv. Man schießt vorne die Tore, aber hinten kriegt man auch mal was rein. Flo, wie siehst du jetzt eure letzten Spiele? Gegen Meppen gab es ein 3-0, gegen Viktoria ein 3-1. Da ist ein Verteidiger erstmal grundsätzlich, glaube ich, gut gelaunt. Ja, ich glaube, das hat bei uns auch schon immer so ein bisschen genagt, dass wir so viele Gegentore bekommen haben. Auch meistens dann auch irgendwie gar nicht taktisch, sondern weil wir individuell zu viele Fehler gemacht haben. Oder irgendwie den Standort dumm gefressen haben. Also eigentlich gab es immer verschiedene Gründe, warum wir so viele Gegentore bekommen haben. Und ja, eigentlich muss man sagen, wir haben ja viel Qualität auch in der Mannschaft. Und ja, deswegen gab es schon ein paar Punkte, wo wir daran gearbeitet haben. Gerade Restverteidigung, Risikoabschätzung. Und dann nochmal, dass wir tiefer stehen, wie wir es auch gegen Köln gemacht haben. Und uns trotzdem wohlfühlen und trotzdem aktiv bleiben. Das ist uns vielleicht auch ab und zu so abhanden gekommen, dass wir dann, wenn wir uns fallen lassen haben, dann ein bisschen zu inaktiv wurden oder zu passiv. Und ja, deswegen, ich glaube, das sind schon so Punkte, wo wir daran gearbeitet haben. Und da sieht man jetzt auch eine Entwicklung. Man hatte das Gefühl gegen Viktoria, dass du und Oma Traoré auf den Außenpositionen, du hast es ja auch gesagt, gar nicht vielleicht so in die Offensive gekommen seid, wie ihr es zwischendurch in der Hinrunde schon mal gekommen seid. Ihr habt einfach ein bisschen defensiver gestanden. Ja, ich glaube, das war auch so eine Anweisung, die wir davor bekommen haben, weil wir auch gerade wussten, dass Köln viele gute Umschaltspieler hat, auch gut kontert, viel individuelle Qualität hat. Und ja, deswegen wollten wir ihnen gar nicht den Raum geben. Und ja, deswegen sind Oma und ich dann oftmals auch einfach hinten geblieben. Aber hat ja auch gut so geklappt. Du hast von der Heimstärke gesprochen, von den guten Spielen und von der besonderen Atmosphäre redet ihr eigentlich jedes Mal. Aber trotzdem ist es jedes Mal wieder beeindruckend, wie viele Leute kommen und wie gewaltig der Support ist. Timo, du hast jetzt viel Erfahrung auch in Osnabrück. Das war nicht immer so. Aber es gab immer einen gewissen Rückhalt. Aber diese Dimension, die hast du eigentlich auch noch nicht erlebt früher. Nee, überhaupt nicht. Und klar, da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich auch mit Leuten darüber gesprochen, wo das herkommt. Diese Euphorie ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber diese Begeisterung für den VfL über, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Weil zurzeit ist das einfach verrückt. Wir spielen jetzt keine grandiose Saison. Zu Hause schon okay, aber muss man nicht drum herumreden. Ein bisschen laufen wir den Erwartungen schon hinterher. Und was da an Zuschauern kommen. Ich habe da mal nachgeguckt in der Saison 2012-13, wo wir nach 19 Spielen über 40 Punkte hatten. Und wir hatten dann am Ende Dezember oder Mitte Dezember ein Heimspiel gegen Saarbrücken. Wir waren Erster und da kamen 9.600 Zuschauer. Und was da zurzeit los ist, das ist einfach Wahnsinn. Und wie du es dann noch sagst, die Stimmung ist halt auch immer, muss man schon sagen, erste Sahne. Flo, das war für dich auch einer der Gründe, als du dich entschieden hast, nach Osnabrück zu gehen, auch diese Fußballatmosphäre zu genießen, ob jetzt heim- oder auswärts. Ich erinnere mich noch an das erste Spiel in Saarbrücken. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Da bist du verletzt ausgeschieden, Timo. Und Flo hat sein erstes Spiel in der dritten Liga gemacht. Und da war schon eine tolle Atmosphäre, auch durch die mitgereisten Fans und später dann zu Hause. Gibt dir das immer noch jedes Mal einen neuen Kick oder gewöhnt man sich auch an so eine Atmosphäre? Nee, ich finde, man freut sich auf jedes Heimspiel nochmal aufs Neue. Und ich hoffe auch nicht, dass man sich dran gewöhnt. Also ich finde das ein bisschen schade. Also es ist schon so, man geht irgendwie bei jedem Heimspiel nochmal neu raus zum Aufwärmen. Und man denkt sich, wow, geil. Also das ist schon immer ein besonderes Gefühl. Das habe ich mir schon beim ersten Spiel gedacht gegen Bremen im DFB-Pokal. Ich glaube, da waren nur 5.000 zugelassen. Wir schießen es 1-0. Und ich dachte, was ist das hier für ein tolles Haus? Also das war schon verrückt. Und jetzt spielt der Zehnte gegen den Achten in der dritten Liga und sind trotzdem 13.800 da. Ja, das weiß man schon zu schätzen. Und man freut sich einfach auf jedes Heimspiel. Eule, wie ist das für dich? Du bist zehn Jahre älter. Du hast viele Erfahrungen gesammelt, schon auch in anderen Stadien gespielt und auch schon beim VfL gespielt. Dich reizt das trotzdem noch auch so. Genau wie Flo, für den das noch neu ist, der jetzt wirklich diesen Drang oder diesen Rückhalt auch in Osnabrück das erste Mal so in der Form erlebt, aber du kennst es, reizt dich trotzdem. Kann ich mich Flo nur anschließen. Das ist jedes Spiel auf neu. Es ist einfach schön, wenn man einläuft zur Hymne. Ja, das ganze Stadion steht, die Schals zwischen den Armen. Und ja, das ist einfach geil. Und ja, wie Flo sagt, man freut sich einfach auf jedes Heimspiel. Und klar, Support auswärts ist auch schon richtig ordentlich. Du kennst noch die Geisterspiel-Saison, Corona-mäßig, was völlig anderes. Die Leute haben auch jetzt wieder Lust, ins Stadion zu gehen, kommen vielleicht auch dazu, dass sie jetzt erst noch richtig heiß sind. Ja, ich muss sagen, dass man diese Geisterspiele echt schon, klar weiß man, dass es sie gab, aber man muss sagen, man hat die jetzt einfach verdrängt wieder. Man ist einfach glücklich, so wie es jetzt wieder ist. Und ja, ich hoffe, das gibt es nie wieder. Gehen wir nochmal in die Saison hinein. Ihr seid gestartet mit einer guten Vorbereitung. Kann man sagen, waren ja sowohl von den Ergebnissen als auch von den Leistungen her, von der Konzentration, der Fokussierung, das hat alles gepasst. Dann war der Start auch gut. Sieg in einem schweren Heimspiel gegen Duisburg, den Landespokal abgewickelt, in Auenpunk geholt, aber dann brach es so ein bisschen ab. Aber es war noch keine richtig schwere Krise. Und plötzlich gibt es einen Trainerwechsel, aber nicht den üblichen, dass man sagt, dass der Verein sagt, so, es geht nicht weiter, wir müssen reagieren, wir müssen handeln. Habt ihr auch schon erlebt? Nein, weil der Trainer sagt, er geht weg. Jetzt versucht euch mal in die Zeit, das war Ende August, Mitte August, hineinzuversetzen. Wie habt ihr denn eigentlich darauf reagiert? Auch so erstaunt und fassungslos wie andere? Oder? Flo, vielleicht du zuerst. Ja, ich glaube, im Nachhinein war das schon auch keine einfache Phase für die Mannschaft. Man hat schon ein bisschen gemerkt, dass sie ein bisschen verunsichert waren. Wir haben trotzdem irgendwie immer alles gegeben, aber irgendwie sind nicht an unsere Leistungsgrenze herangekommen. Nicht jeder Spieler kam irgendwie an seine 100 Prozent. Man weiß jetzt nicht immer, wo die Gründe genau dafür lagen, aber es ist ja, ja, kommen wir nicht drum herum, dass es so war, dass wir nicht unsere Topleistung abgerufen haben, dann auch in dem Moment und dann auch kurz nach dem Trainerwechsel erst noch eine Zeit gebraucht haben, bis wir uns daran gewöhnt haben. Aber wo jetzt genau die Gründe dafür lagen, ich glaube, das haben wir jetzt auch noch nicht ganz herausgearbeitet. Das muss vielleicht auch jeder Spieler für sich selbst wissen, was er persönlich noch mehr dafür tun kann. Ich meinte jetzt mehr diese spezielle Situation, diese Umkehrung der Verhältnisse. Normalerweise, wenn der Trainer geht, dann ist es eine Entlassung und zumindest gut die Hälfte der Mannschaft atmet auf und sagt, Gott sei Dank, jetzt gibt es einen Neuanfang. So ist ja die Wirklichkeit. Das war jetzt komplett anders, denn ihr wart ja eigentlich auf Daniel Scherling so ein bisschen gepolt und dann kommt ein neuer Mann, den keiner von euch vorher kannte. Das ist doch eigentlich das Besondere gewesen an dieser Situation im August-Team. Da werdet ihr auch darüber gesprochen und euch damit beschäftigt haben. Da haben wir uns damit beschäftigt und natürlich waren wir als Mannschaft schon, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ein Großteil, mit denen ich halt gesprochen habe, man war natürlich schon geschockt und man fand es auch einfach schade, weil man erst mal eine ganz ordentliche Saison zuvor hatte und man sich halt viel vorgenommen hatte, noch die drei, vier Wochen vorher und plötzlich ist alles über den Haufen geschmissen. Der Trainer ist weg. Dann haben wir die beiden Co-Trainer übernehmen, zwei Wochen. Es war halt keine einfache Situation für alle. Alle mussten sich neu finden. Ja, auch wenn die beiden das super gemacht haben, Danilo und Daniel, trotzdem war das halt schon was Spezielles und ja, dann ist es halt klar, dann kommt ein neuer Trainer, der hat neue Ideen und ja, da muss man sich dran gewöhnen und das war einfach keine einfache Situation und ja, zu Hause haben wir es geschafft, auswärts oder gar nicht, dann Leistungen zu bringen und ja, so jetzt sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Eule, jetzt habt ihr aktuell schon den nächsten Trainerwechsel gerade hinter euch, das ist aber nur ein kleiner Trainerwechsel, weil der Co-Trainer gewechselt ist. Danilo de Sousa ist nach Bielefeld gegangen, jetzt habt ihr Martin Heck dazu bekommen, heute ist Dienstag, wo wir aufzeichnen, das heißt, er war heute beim ersten Mal am Trainingsplatz dabei. ist ja auch wieder eine kleine Umstellung, keine ganz große, aber man muss immer wieder sich neu darauf einstellen. Jetzt reicht es mal mit den Wechseln, jetzt ist mal Konstanz angesagt, hoffentlich vielleicht, oder? Wünscht man sich als Spieler dann auch, dass man sich darauf einstellen kann und weiß, mit den Leuten arbeitet man jetzt länger. Ja klar, gerade ich habe sieben Jahre mit dem gleichen Trainer gearbeitet, das war schon cool. Frank Schmidt in Heidenheim. Ja genau, aber natürlich jetzt auch mit Danilo, wobei man da ja auch nicht groß drum herum reden muss, jeder wusste, dass Danilo damals mit Daniel hier zusammen hingekommen ist und dass die schon ein extrem gutes Verhältnis hatten und dass er irgendwann wahrscheinlich auch wieder dahin geht, wo Daniel dann Trainer ist, das hat sich auch der eine oder andere gedacht, ich bin ehrlich, ich habe vielleicht sogar gedacht, ein bisschen früher, aber ich war trotzdem mega froh, weil Danilo erstens ein überragender Typ ist, fachlich super, immer gute Laune, einfach echt, muss ich sagen, ja, der ist echt erste Sahne und von daher fand ich es schade, dass er jetzt gegangen ist, aber ich glaube, in der Mannschaft kann ihn jeder verstehen und ja, ich wünsche ihm einfach viel Erfolg bei Arminia und der neue Co-Trainer, ja, Martin, der war jetzt die ersten, den ersten Tag da sich vorgestellt und klar, so ein bisschen schüchtern, glaube ich, aber so, der erste Eindruck ist gut. Das werdet ihr ihm abgewöhnen, Flo, das Schüchterne, wenn man so die Mannschaft kennt. Ich glaube auch, also, er wird da bestimmt einen guten Job machen und ja, auch das so ein bisschen ablegen. Es war heute der erste Tag, also ich kann jetzt noch nicht viel drüber sagen und ich glaube auch, dann hat er mit Tobi dann auch einen Cheftrainer, die ein gutes Team bilden werden. Also, ich glaube, ja, das wird schon funktionieren. Ich glaube, das wird nicht ohne Kopf die Entscheidung irgendwie gekommen sein, sondern ja, die werden sich schon Gedanken gemacht haben und das wird, denke ich, passen. Wie lernt man als Spieler und als Mannschaft einen neuen Trainer kennen, der unter solchen ungewöhnlichen Umständen und auch relativ früh kommt und der ja insofern ein unbeschriebenes Blatt war, weil er bisher noch nicht als Cheftrainer in Deutschland gearbeitet hatte. Was habt ihr für ein Gefühl gehabt? Wie habt ihr euch einander angenähert? Trainer und Spieler, Trainer und Mannschaft. Wie ist das gelaufen? Wie ist das gelaufen? Der Trainer stellt sich vor, er sagt, wie er gerne spielen möchte, was ihm wichtig ist. Ja, und dann fängt man halt an zu trainieren, man übt taktische Sachen. Ja, das kommt dann mit der Zeit alles so. Man lernt vielleicht die ein oder andere Macke von dem Trainer kennen, die der alte Trainer vielleicht nicht hatte und dann auch wieder eher was Positives. Und ja, so lernt er auch die Spieler kennen. Der weiß auch, ja, den einen kriegt man eher so gepackt, den anderen eher so. Und ja, so entwickelt sich das, glaube ich, einfach mit der Zeit. Gilt das auch für das Spielsystem, Flo? Für das, was er euch spielen lassen will? Ja, ich glaube, seine Grundideen hat man schon relativ schnell rausgemerkt. Also die haben wir, diese Intensität, das hat er uns relativ schnell klargemacht. Aber klar, die Details, so ein paar feine Anpassungen, die kommen dann Woche für Woche. Du merkst so, ah, jetzt will er das von mir, jetzt in dem Moment das. Und das vielleicht auch unterscheidet ihn dann auch von Scherning. Und das kriegst du dann auch über die Zeit einfach. Das ist auch ein Prozess. Und ja, der geht immer weiter. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch nochmal in der Winterpause gemerkt, dass wir nochmal ein paar Sachen angepackt haben. Und ja, so ist das immer eine Entwicklung. Aber das, ich würde einfach sagen, das kommt viel über die Zeit. Und über die Praxis im Training und weniger durch Worte. Ja, beides. Klar, man macht auch Videoanalysen, schaut sich Szenen an, wo er sagt, ja, da musst du so, jetzt in meinem Fall, da möchte ich dich lieber da haben, als da haben. Und ja, solche Sachen, ja, egal wie alt man ist, man muss es dann halt so machen, auch wenn man es vielleicht ein paar Jahre vorher ein bisschen anders gemacht hat oder es anders kennengelernt hat. Wenn der Trainer es so möchte, dann ja, sicherlich diskutiert man darüber, weil man vielleicht auch eine Sache anders sieht. Aber ja, am Ende des Tages ist der Trainer der Chef und ja, der gibt die Sachen dann auch vor. Weil man es aber auch anders kennt aus den Jahren. Also du bist ja schon ein erfahrener Spieler. Du hast dann deine Eindrücke, wie schwer ist es, sich dann nochmal umzustellen, wenn der Trainer jetzt sagt, Mensch, das sehe ich eigentlich ganz anders. Und du hast ja noch eine gewisse Zeit auch und eine gewisse Erfahrung und hast gesagt, Mensch, ich habe das jetzt lange so und so gespielt. Wie ruckelt man sich da zurecht? Ja, das sind jetzt keine riesen, riesen Lange, der sagt mir jetzt nicht, du musst nur noch mit dem rechten Fuß spielen. Also dann hätte ich, glaube ich, Probleme. Das glaube ich nicht. Nein, es sind einfach Kleinigkeiten. Wenn eine Flanke ist, wo er mich dann lieber hat, auch wenn ich es vielleicht vorher ein bisschen anders gemacht habe oder ja, solche Sachen halt. Jetzt keine, riesen Dinge halt. Am Wochenende hat das mit der Flanke ja schon mal gut geklappt, als der Freistoß reinkam. Dann haben die Experten diskutiert, hätte Timo Bermann ihn selber schon machen können mit dem Kopf, aber so wie es dann gelaufen ist, ein Kölner spielt seinem Torwart das Ding immer vor den Fuß, der reagiert noch schnell, aber Robby Tesche ist da und trifft zum 2-0. War dann auch okay? Ja, ich meinte ja gerade eigentlich eher die Defensiv-Flanke zu verteidigen, aber ja, offensiv, klar, da haben wir alle Freiheiten. Ja, es hat einfach gut gepasst. Ich hatte extrem viel Raum und hatte dann einfach das Gefühl, ja, es ist besser für mich, wenn ich quer liege und hoffe halt, dass da einer ist. Ja, und es war eigentlich so eine, ja, so ein Bruchteil einer Sekunde, wo ich Zeit hatte, darüber nachzudenken und ich habe mich dann zum Glück fürs Richtige entschieden, weil mein Kopf war ja wahrscheinlich nicht reingegangen. Ja, ist klar, aber dann reden wir über die Defensiv-Flanken, was ist da anders, was hat der Trainer da für eine Vorstellung? Oder für Neuigkeiten reingebracht? Das ist ja, jeder Trainer hat seine Ideen vom Spiel und jeder sagt ja auch, Mensch, das ist mein Stil, das habe ich vor. Ja, dass er halt immer gerne schon ein Plus-Eins in der Box ist, dass man den, dass, wenn der Ball auf der Grundlinie ist, dass der erste Innenverteidiger vielleicht eher den flachen Pass zu macht, der zweite Innenverteidiger ein bisschen anders steht, ja, es fallen mir jetzt auch so ad hoc jetzt nicht alle Dinge ein, die wir da so besprochen haben, aber ja, um solche Sachen geht es eher. Ein bisschen Taktik muss ja auch eine Überraschung sein für die Gegner, also können ja auch nicht alles verraten. Er geht sehr ins Detail und das ist ja auch richtig so, aber das heißt auch, dass Training nicht nur mit den Füßen passiert, sondern auch eure Birne ganz gut beansprucht wird, oder? Ja, ich glaube, wir machen dann schon auch viel, viel Videoanalyse, individuell, wie auch gruppentaktisch und ja, muss man schon auch immer mit dem Kopf dabei sein, aber ich glaube, es ist auch schön, wenn man immer was Neues dazulernt, ich glaube, alle Spiele sind auch offen für und man sieht ja auch, dass das Früchte trägt. Gucken wir doch mal auf eure persönliche Entwicklung, Flo, vielleicht fangen wir bei dir an. Du bist vor jetzt anderthalb Jahren gekommen, aus der Regionalligamannschaft des VfB Stuttgart, hast eine fast klassische NLZ-Laufbahn hingelegt mit allem, was dazugehört, ein gut ausgebildeter Profi, der weiterkommen wollte und der dann, das wissen vielleicht einige schon, seinen Vertrag in Stuttgart aufgelöst hat, um zu wechseln, also nicht die übliche Laie eines Spielers, der schon relativ gut verdient beim Bundesligisten in der zweiten oder dritten Reihe, sondern eine Auflösung, ein kompletter Wechsel, ein Neustart, alles ganz bewusst gemacht. Wenn du jetzt anderthalb Jahre zurückschaust, hat sich das für dich und deine persönliche Entwicklung gelohnt? War es der richtige Schritt? Ja, absolut, also zu 100 Prozent. Ich würde den Schritt auf jeden Fall nochmal genauso machen und ja, ich glaube, für mich persönlich ja, die absolut richtige Entscheidung. Ich glaube, es gab jetzt auch hier Höhen und Tiefen, aber ich glaube schon, dass der Fall da eher in die Richtung nach oben zeigt. Deswegen, ja, absolut glücklich hier und würde es auf jeden Fall nochmal genauso machen. Du hast eben gesagt, es gab Höhen und Tiefen, du hast einen Blitzstart gehabt, warst von Anfang an im Team, gab erst Anfang so Konkurrenzkampf mit Manu, Manuel Haas, aber hast dann relativ schnell den Stammplatz erkämpft und behauptet und warst eine der Entdeckungen der vergangenen Saison. Da gab es aber auch mal so ein kleines Loch, in das du gefallen bist, da hast du, so haben wir es zumindest gesehen und vielleicht hast du es anders betrachtet, aber wir fanden, dass du nicht mehr dein Optimum in allen Spielen ausgeschöpft hast. Ist das so eine normale Entwicklung und wie bist du dann damit umgegangen? Wie hast du das geregelt? Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt es ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de slash abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!